So, vor uns befindet sich der Ortsteil Holzhammer der Stadt Schneitenbach. Nach diesem Ort ist die sogenannte Holzhammer-Methode benannt. Die hat hier ihren Ursprung genommen, da ist ein Schloss sogar, links, hat man kurz gesehen. Die Holzhammer-Methode. Dadurch hat dieser Ort eben seine Erühmtheit erlangt. So, ich verabschiede mich. So, ich verabschiede mich. So, ich verabschiede mich. Bist du bist? So, ich verabschiede mich.